Die Einspiele bei den bayerischen Jugendmeisterschaften, Sonntag 9. Dezember 2018 im Doppel. Mit den Mädchen, Janani Brankovic, Hurant, Aufschlag, Sophie Dreichertz, Victoria Womba und Leal Fars, jetzt als Rückschlägerin, CSV Hochstepp. Die Jungs, Schützrichter Tillmann, Kesslinger, CVJM, Unterasbach, geprüfter Bundesliga-Schützrichter, Nick Deng, Meter 110, Meter 104, Nico Longino, FC Bayern München, Für Links hängt der Felix Wetzel und er ist eigentlich sogar noch in 15, Mikey Hollow. Schüler A. Matthias Kanzler. Der hat schon was gemischtet, der will gewonnen. Ist hier, wenn ich nichts durcheinander bringe, um allen drei Einspielen vertreten. Martin Knauer mit 14 Herrn Oberliga hingestoffen. Der hat schon was gemischtet. Vielen Dank.